Der ist doch noch blau! Jetzt sind sie ja nur 17. 18. 18. 18. 19. Bei mir sind 19 drin. 19. War man schief? Nein, ich bin diesmal nicht. Und wie fährt er sich? Fortig. Das ist scheiße. Auch noch von A nach B. Was? Trabi auf Japanisch? Saueng. Ich wusste, was heißt Mikro übersetzt. Saueng. Wir haben hier einfach chinesische Verkehrsminister? Warte mal. Umleitung. Chinesische Sexminister? Den gibt's nicht. Schwing dein Ding nicht. Die haben da Beschränkungen. Deswegen haben sie ja auch Minister dafür. Schwingle. Du hast gewonnen. Endlich mal Gatti von der Bonbons. Endlich! Meine Frau hat wieder 6 von der Bonbons. Ich 3. Typisch. Schwingle. 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 Normale. Kein Wetterboost. Nein! Ohne Wetterboost. Schwingle. 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 Obwohl die Serie nicht weg ist. Hat aber nicht mehr. Schwingle. 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 Ich komm mit HR. Nach oben. Schwingle. 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 Wow! Was ist gleich los? Nein. Das hat er gesagt. Das hab ich nie wieder einfach wahr gehört. Er hat 236. Achso. 226. Das ist auch nicht so. Warum? Irgendwas drin stellen. Alle von hinten. Komm ich doch wach bin ich gewesen. Da steh ich schon wieder auf. Nein. Ich steh ja um 6 Uhr meistens wieder auf. Zum Raiden. Weil das nichts zu tun hat. Eine Stunde Mittagsschlaf oder so. Dann passt das. Jetzt eine Stunde hinlegen und dann ins Bett gehen. Ich muss ja morgen mal gucken. Mit wie vielen Leuten fahre ich da unten. Ja das ist das Problem. Ich würd das mal so mit 6 oder 7 auf jeden Fall probieren. 6 Uhr rechnen erstmal. Ich kann morgen nicht. Schade. Ich muss ja nichts machen. Dann wächst wir fangen. Ich bin ja Donnerstag bis Sonntag. Wie soll ich es hier? 100er muss sein. 100er Shiny mit Namensänderung. Mit Holzbein. Mit der Shiny-Version holen. Mit Sprachfehler und Holzbein. Die erste Runde von Lightning. Das ist immer ein paar Sünde uns. Äh. Ich fang meistens so eine Woche später dann damit an. Ich fang erst richtig an. Du hast einen Anreiz. Wozu brauchst du das? Du kriegst doch eh ein Kind. Ja. Bei dem anscheinend nicht. Das ist das Erste. Und Lugia. Okay jetzt bitte. Lugia. Ansonsten hab ich ja die. Die ganzen Legendären. Gut. Ach das durch dich. Aber ich hab's. Drei Sonderbombo. Drei Sonderbombo. Ist doch schlecht ey. Und? Ja. Und wie viel? 22, 76. Aber wie gesagt mir war's egal. Ich hab's. Der hat einen Shiny. So letterliche. Mein 34er kommt. Der mag mich nicht mehr. Wumumumumumumyou. Du hast doch gefragt was du an Shiny schon gehabt. Also das Ganze mit furzen Bällen. Das wird eng. Ja definitiv. Einfach fabelhaft. Ich guck nicht hin, da bleibt nicht drin, da bleibt nicht drin. Scheiße, ich hab's gefangen. Tut mir leid. Hättest du jetzt mal so gemacht wie Ekel? Mit dem Quatschen, Quatschen und immer die Böller so und... Mit der Hol. Äh, bei Ho-Oh scheinen. Kenn dich doch. Echt? Nee, ich weiß nicht. 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 Also 2280 ist glaube ich das 100er, das ich lesen hatte vorhin in der Liste. Die drei Handys hier so von meiner Seite, die haben gefühlt schon mal nicht. Kannst du mal Dexter hinfahren? Ja. Ich werde schon mal in Ordnung gefangen. Nicht jetzt, sondern nicht in Deutschland. Genau. Ich habe hier noch mal in Ordnung einmana. Ja, hier sind die Brücke, ne? Hm. Weiter. Team 200 wird gut. Leck mich durch, Alter. 2208. Das ist ja süß. Was waren 100er? Was waren 100er? 2280. 2261, geht eigentlich. Das ist schon mal okay, ja. Du hast halt 2208. Du hast einen 14er und hier einen 12er. Die Mazda hat einen 8er oder so. Nee, 22, 31. Alter, ich stehe auf, jetzt sind wir den ersten halt schon. Oh nö, neuer Kayoko oder was? Eigentlich ist das hier irgendwie zu klein, ich dachte, deswegen sind es ein großes Gefühl. So wie Creole? Ja, keine Ahnung, irgendwie was anderes halt, ne? Ja, das ist so ein Winzling. Ja. Oh, trotzdem einfach hauert. Ja, okay. Du wirst nach hinten dürfen, ne? Ja. Ja, ja. Geil. Aber ich hab mal nicht schon mal Müll. Ja. Ja, ich hab mal nicht. Was ist denn das, wenn wir mal zuhause jetzt jedes Mal... Also meinst du auch nicht so schlimm, wenn ich meine Fliege ne? Ich hab mal zu wollen. Jetzt mal drauf zu springen. Ja, das wären jetzt sieben Minuten da drüben, also... Sieben und sieben, ja. Das ist wirklich ein bisschen knapper. Sag grad, das wären jetzt sieben Minuten da drüben. So, das war's. Obdabe? Ich hab nur den Kleiner gehauen, aber der ist nicht so wichtig. Tschüss. Okay, tschüss. 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 Tschüss, bitte. Tschüss. 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 Was mach ich denn da? Ja, das ist so. Das ist mein Grund, da hat den sich der so kundig abgefunden. Ich gehe. Ich gehe in 80 Jahren. Ich bin zu weit, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin zu weit, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin zu weit, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin zu weit, das ist ein bisschen schwierig. 169 Kilometer hat mir, glaube ich, noch übrig, ne? Ich glaube. Boah, mein Bus ist das Handy weg. Das gibt mir richtig auf den Tag, ey. Mittwohing. Ah, genau. Ich habe mich mal wieder abgefunden. Hast du Da haben wir doch noch eine Frage. Guck mal da, da kriegst du Raiqvarna. Ich hab auf den letzten Tag meinen Lugia noch gekriegt. In der Feldforschung. Was soll grad sagen? Achja. Na ja, feier halt. Aber Raiqvarna kannst du haben, ich habe. Aber ich hab da gemerkt nur Stockstoff. Du brauchst drei. Auf jeden Akkord eins. Sonst werden die Kinder bockig. Das kommt doch wieder. Irgendwann wird doch jetzt Dings geben, ne? Wieder ein 3-Stunden-Event mit dem Ding. Lallavaros, Taptos, Arctos und so weit er jetzt erst. Ich weiß nicht, ich fühle aber schon. Was, Antai und Hassel hier sehen? Muss nicht sein. Das ist ja entscheidend für Feldforschung. Ne. Plus Antai und Syl ist nicht entscheidend. So, aber Lugia? Ja. 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 Ich glaube, da kommen Junglüsse dazu. Ja, ich denk mir auch. Du bist ja mit dem Lugia. Als Feldforscher, das musst du dann machen. Na, die sind kaltgestempelt. Wenn kommt denn der? Ja. Na, du hast die Wahl. Also, naja. Ach nee. Glückssache. Glückssache. Ich hab das jetzt immer Pech gehabt. Ich hatte immer entweder Raikou oder Ente gehabt. Ich hab auch voll. Ich könnte jetzt abgeben und dann die Woche abholen, aber okay. Es sind doch aber sieben Dinger, die per Zufall, ne? Sieme. Acht. Sieben? Acht? Drei Vogel, drei Hunde und drücker hoch. Drei Vogel, drei Hunde. Ja. Ja. Nur drei. Weil wenns nur sieben gewesen wäre, hätte ich gesagt, ihr schafft eh einen Zwist haben. Sieben Bälle nur. Sieben Bälle, Alter. Wird ja mal schlechter. Ich hab nur sieben. 22,15. Alter, verlaßt. Ich würde ja mindestens... Ne, jetzt. Ne, jetzt 21,18. Echt? Wird doch schlechter? Ja. 22,7. Drei. Drei. Wo gehen wir doch mal in die Salernabärer, oder? Ja, mach ich auch. Wollen wir uns? Spring. Spring! 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 Nicht dreimal, einmal! Was du? Ich hoffe, ich kann erst mal sehen. Oh! Ich habe noch einen Bellen! Was ist denn, was ich finde? Ich kann auf die Kühlschäuze. Schau, du! Ich hab' die Hand, ich hab' den Schick, ich hab' den Schick, ich hab' den Schick wieder rausgefahren. Ich bin schon genau in dem Moment. Ich mach' den Eingang, ich hab' die Hand, ich hab' den Eingang. Vielen Dank.